Wow! Mah scheiße ey! Hallo zusammen, da bin ich wieder zu einer neuen Runde Mighty Fails des Tages und heute hab ich nur 2, weil ja der Patch war und leider meine alten Replays nicht mehr zu sehen sind das tut mir wirklich leid, aber da waren noch bestimmt 5, 6 mal Leute dabei, der Back to Mark hatte noch 2 mal verkackt Stinson 98 hatte ich noch nicht mal gesehen wirklich schade ja, also das ist echt blöd mit dem Patch, aber ich hab 2 neue für euch, der erste ist ein Level 5er Mage und ich halt's einfach mal drauf mal gucken, was der so reißen kann, in meinem Level 17 Schloss, oder haben die die Levels auch geändert? Ich hab's gar nicht mitbekommen jetzt ich bin rein und nehm jetzt direkt auf, damit das heute noch kommt, ja also das ist fresh aus der Rendermaschine hier Lol Level 18 gegen Level 9 Was will er denn damit machen? Lalalalalala Mach Jetzt trifft der ihn bestimmt und tötet ihn so Und Ja, das war ein Fail, ne? Also, seh ich ja jetzt schon Mit Level 5 da rein, Practice oder was Und den nächsten, den wir hier noch haben Das steht hier, seht ihr? Ah, The Patch made me overconfident Hope I don't end up in your mighty fails videos on YouTube Natürlich tust du das Sonst haben wir mit deinem Fail hier Level 9 Warum gehen die da rein? Unable to retrieve Replay Oh, das ist jetzt aber blöd Das ist jetzt aber blöd Ich hätt's euch so gern gezeigt, aber Tja Leider sind mit dem Patch alle weg Deshalb muss ich gucken und warten, dass jemand Neues verkackt Und morgen sehen wir hoffentlich was Neues Sonst mach ich morgen Gameplay Und erklär euch mal ein bisschen, wie man Fallen baut Wie man das Schloss baut, ne? Das zeig ich euch dann mal Alles klar Bis dann Viel Spaß Bleibt sauber, ne? Werdet keine Rockstars Und bis morgen Tschüss 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 Sch